Ich hatte gestern Abend Gäste, deswegen war alles in der Sprühmaschine und mein Fach mit den Gläsern fast leer. Also, los geht's! Profi-Tuch Plus und den Küchenhygienereiniger aufsprühen, wischen. Und weil ich gerade so einen Lauf hatte, habe ich mir das Höckerchen genommen, alle Gläser von oben nach unten geräumt und oben die Glasplatte auch noch schnell gereinigt. Hier hat sich hauptsächlich Staub angesammelt. Sieht doch wieder schön aus. Fertig!